Heute sind wir beim Ampelmännchen, nicht beim Sandmann, beim Ampelmann. Es ist grün, du kannst gehen. Ich kann, danke. Aber guck mal, wir haben die Leute noch nicht mal begrüßt, du hast einfach so reingequatscht. Du musst einfach doch Hallo sagen. Hi. Und tschüss, ne? Das war ein kurzes Video. Ach guck mal, hier ist ja noch so ein Zebrastreifen. Ups, ich hab den heute einfach gefilmt, das sollte man nicht... Einen Regenschirm hast du noch, guck mal, wie schön. Für regnerische Tage. Ja? Hm. Oh, mein Akku. Oh.